Ich habe eine neue Eismaschine und zeige dir, wie sie funktioniert. Hol dir die Tor-App und stelle deine gewünschte Sprache ein. Klicke auf Bereite dein Eis zu und erstelle entweder ein Konto oder fahre ohne Konto fort. Erlaube der App, beim ersten Mal Bluetooth zu nutzen und verbinde dein Handy mit der Eismaschine. Wähle nun eine aus vielen verschiedenen Eissorten. Ich habe mich für Pistazie entschieden und fülle den Inhalt deiner Eisverpackung in einen der mitgelieferten Eisbehälter. Stelle den Behälter samt Deckel in die Eismaschine und scanne nun den QR-Code auf der Rückseite der Verpackung. Wähle den gewünschten Grad der Cremigkeit und schalte deine Eismaschine ein. Warte nun einige Minuten, während dein Eis zubereitet wird. Deine App verrät dir, wann dein Eis fertig ist. Ich habe mein Pistazien-Eis noch mit Schlagobers verziert und mit gehackten Nüssen und Schokostückchen dekoriert. Übrigens, Kastner und Öler und ich verlosen eine Tor-Eismaschine. Mach also unbedingt mit bei unserem Gewinnspiel. Kastner und Öler 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 und Ö